Leute, ihr wisst ja alle inzwischen, dass Charly in Fortnite entführt worden ist und keiner weiß von wem. Und jeder von euch vermisst Charly. Und ich habe mir gedacht, dass ich heute richtig ehrenlos sein werde. Denn ihr seht schon, ich habe den Charly-Skin ausgerüstet, bin hier auf meiner eigenen Party-Royal-Map Undercover unterwegs und ich habe mir gedacht, ich werde versuchen, die Spieler hier zu pranken, indem ich mich versuche anzufreunden. Sollte mich jemand aber auslachen oder den Loser Dance machen, dann werde ich in den geheimen Waffentresor gehen, mir Waffen holen, den Spieler eliminieren und danach den Loser Dance direkt auch machen, Leute. Glaubt mir, das wird ehrenlos. Schaut euch deswegen das komplette Video an, Leute. Und falls ihr auch auf meiner eigenen Party-Royal-Map spielen wollt, hier unten ist der Map-Code jetzt eingeblendet. Kommt drauf, denn vielleicht könnt ihr mich treffen, denn ich bin auch drauf. Und ihr seht schon, Leute, hier sind so viele OG-Skins am Start. Zwei Elite-Agentinnen, ein OG-Skull-Trooper, Leute. Holy Moly. Und hier noch ein NVIDIA-Exclusive-Skin und die Funkel-Spezialistin. Leute, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, denn wir müssen uns ja jetzt mit denen hier anfreunden. Mal gucken, ob irgendjemand den Loser Dance macht oder nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier zur Elite-Agentin. Oh, die schaut mich auch schon an. Mal gucken, ob ich von ihr eine Umarmung bekomme. Oh, okay, die Umarmung sieht zwar richtig komisch aus, aber sie hat mich umarmt. Mal gucken, was passiert, wenn ich weine, Leute. Was passiert, wenn ich weine? Kommt irgendjemand zu mir? Okay, die Elite-Agentin, die flext mit dem Marco-Gleiter, obwohl ich hier am Weinen bin. Aber die Rote Ritterin, die will mir auch eine Umarmung geben. Okay, Leute, ich glaube wirklich, dass jeder Charlie vermisst und alle einfach traurig sind, Leute. Aber hier gibt es noch eine Funkel-Spezialistin. Hier versuche ich das Ganze jetzt auch. Und bei dem NVIDIA-Skin. Wir machen jetzt einfach mal hier die Umarmung, Leute, hinter der Funkel-Spezialistin. Mal gucken, was passiert. Okay, die ignoriert mich einfach, Leute. Okay, da macht irgendjemand... Wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Was passiert hier? Okay, 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 okay. Hier eskaliert es komplett, Leute. Warum machen die den Loser-Dance? Wir müssen zu dem Nose-Skin gehen und einfach den Umarmungs-Emote machen, Leute. Let's go. Okay, ein Nose-Skin umarmt mich schon mal. Wir bekommen immer richtig viel XP. Leute, das Ganze wird sehr, sehr schwer. Was will er denn von mir? Warum haut der mich? Warum hat der mich gehauen? Hä? Was war das denn? Ich glaube... Ey, 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 warum eine Tomate? Warum hat er... Warum eine Tomate auf... Ey, er hat den Loser-Dance gemacht. Okay, wir fangen jetzt an zu weinen, Leute. Wir fangen an zu weinen, Leute. Ich fange an zu weinen. Der hat den Loser-Dance gemacht. Oh, der Nose-Skin. Der ist auch OG, Leute. Wir müssen... Okay, er sendet mir ein Herz. Mal gucken, ob er mich umarmt, Leute. Vielleicht nimmt er alles zurück. Okay, ich bekomme eine Umarmung. Okay, das ist sehr, sehr gut, Leute. Es läuft gut. Wir sind hier. Der Charlie, der entführt worden ist. Auf undercover. Was will der jetzt von mir? Wo will der jetzt mit mir hin? Hä? Wo führt er mich hin, Leute? Okay, wir gucken mal. Okay, der geht in den Spind. Was will der mir zeigen? Sag nicht, dass der irgendeinen OG-Skin hat. Ähm. Ich sehe... Hä? Was willst du jetzt von mir? Du hast... Der nimmt mich hops, Leute. Ich glaube, der nimmt mich hops. Entweder sehe ich den ausgerüsteten Skin nicht. Oder ich bin komplett lost. Der hat einfach den Loser-Dance gemacht? Ich check's nicht. Hä, warte mal. Ich bin mit dem befreundet. Ich bin mit dem befreundet. Hä? Ähm. Meine Tarnung ist aufgeflogen. Wir müssen irgendjemand anderes hops nehmen. Der ist einfach in meiner Freundschaftsliste. Hä? Okay, das ist krass, Leute. Das ist sehr, sehr krass. Wir gehen jetzt zum OG Skull Trooper. Okay, OG Skull Trooper. Mal gucken, ob wir mit ihm uns anfreunden können. Okay, die wollen gleichzeitig tanzen und flexen. Die sind richtig am flexen. Den Tanz habe ich auch, Leute. Das könnt ihr hier sehen, Leute. Ich habe den Tanz auch. Aber ich will eine Umarmung. Komm, 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 komm. Eine Umarmung. Bitte. Guck mal, der ignoriert mich, Leute. Der ignoriert mich. Guck mal, guck mal, wie die am flexen sind. Wir versuchen es nochmal, Leute. Wir versuchen es nochmal. Hier. Mit einer Umarmung. Komm schon. Die ignorieren mich beide. Nee, nee, nee. Ich will nicht von dir eine Umarmung. Ich will von den OG Skins hier eine Umarmung. Aber die ignorieren mich komplett. Wir müssen in den Tresor gehen. Aber davor mache ich noch eine Kleinigkeit. Die ist sehr, sehr wichtig. Ich brauche jetzt hier irgendeinen No Skin. Irgendeinen No Skin müssen wir jetzt hier finden. Wartet mal. Oder vielleicht die Ruby. Oder ihn hier. Komm. Komm mal her. Ist der da? Hallo? Bist du da, Bro? Hallo? Hallo? Ist irgendjemand da? Oh, der OG Skull Trooper. Ey, OG Skull Trooper. Ich bin vor dir. Kriege ich dir Umarmung? Oha, und der hat auch Zahnseide, der No Skin. Hier sind so viele Fake No Skins unterwegs. Guck mal, der flext und geht einfach rein. Leute, wir müssen in den Tresor. Aber sowas von. Hier ist eine Aura. Hier ist eine Aura. Ey, Aura. Aura. Ey, Aura. Warum gehst du weg von mir, Aura? Ich mag doch Aura Skins. Hallo? Warum läufst du weg von mir? Bitte. Ich will eine Umarmung. Komm schon. Eine Umarmung. Eine. Eine Umarmung. Nein, nicht von dir. Nicht von dir, Bro. Von ihr. Eine Umarmung. Eine. Komm schon. Komm schon. Ist das ihr Ernst? Leute, niemand mag mich. Warum? Wenn ich jetzt den Renegade Raider auspacken würde, dann würde es hier komplett eskalieren, Leute. Wen könnten wir uns vornehmen? Ihn hier. Ey, Mr. No Skin. Komm mal her hier. Komm mal her. Ich muss dir was zeigen. Warum? Ignoriert mich jeder. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Okay, okay, okay. Komm mal her. Siehst du das hier? Hast du meinen Creator Code Couscous im Itemshop eingetragen? Der checkt es nicht. Der checkt es nicht. Warum checkt der es nicht? Leute. Denn ihr wisst ja, ich edde immer einen von euch. Wenn ihr Creator Code Couscous im Itemshop eingetragen habt. Und der ist komplett los. Der hat es nicht gecheckt. Mal gucken sie hier. Die Aura. Die will jetzt eine Umarmung. Komm mal her. Hier. Hast du Creator Code Couscous eingetragen? Ja. Du hast Creator Code Couscous eingetragen. Okay. Dann wird sie jetzt direkt von mir geeddet. Und falls ihr auch geeddet werden wollt, Leute. Tragt einfach im Shop Creator Code Couscous ein. Und dann werdet ihr geeddet. Guck mal, wie sie liegt die ganze Zeit. Oh, die freut sich. Die freut sich. Aber jetzt müssen wir in den Tresor gehen. Sofort. Denn wir müssen die OG-Skins komplett hops nehmen, Leute. Let's go. Oh, wir gehen jetzt hier vor die VIP-Lounge. Oh, die Aura. Die Aura steht da. Die will jetzt doch eine Umarmung. Ach so. Jetzt will sie doch eine Umarmung. Leute. Okay, 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 okay. Das gefällt mir auf jeden Fall. Das gefällt mir sowas von, Leute. Aber jetzt ist es Zeit, hier in den Tresor zu gehen. Was mir auch gerade aufgefallen ist, Leute. Was ist das denn? Missing. Have you seen this banana? Hast du diese Banane gesehen? Oh, sie ist jetzt voll in love, Leute. Weil ich sie geedit habe. Ja, ja, ja. Hier, du bekommst ein Herzchen. Aber die OG-Skins da hinten, die muss ich jetzt alle hops nehmen, Leute. Warum sind hier überhaupt so viele No-Skins am Start? Hä? Ist meine Tarnung aufgeflogen oder so? Leute, wir gehen jetzt in die VIP-Lounge rein. Ihr solltet alle den Code wissen. Und zwar ist das hier der Code. Ihr könnt das Ganze ja nachmachen, wenn ihr wollt. Dann kommt ihr auch rein. Und hier ist ein schwarzer Ritter am Start. Okay, jetzt wird es hier sehr, sehr schwer, hier reinzukommen. Aber ich habe es geschafft. Oh no, Leute. Ich habe es geschafft und ich muss mich... Nein. Ich muss mich beeilen. Ich muss jetzt in den Tresor gehen. Denn ich glaube... Wer wartet denn da? Was will er denn hier? Was tust du hier? Du denkst nicht wirklich? Warum sind hier jetzt so viele Bananen? Das war es mal wieder komplett. Ihr geht alle nach da hinten. Und hier... Digga, ist das ein Zeichen, Leute? Warum sind hier so viele Sprays? Und warum bist du so böse? Warum hast du das weggemacht? Aha. Irgendwas ist hier faul, Leute. Du gehst nach da hinten. Und du, liebe Banane, gehst auch nach da hinten. Denn ich muss jetzt den Code eingeben. Geht da weg jetzt. Alter, immer das Gleiche hier im Party Royale. Warum macht ihr das, Leute? Ich will doch... Na. Du brauchst jetzt auch nicht hier Musik machen, Bro. Geh nach da hinten. Denn ich werde jetzt alle Spieler hier hops nehmen. Ja, das war es komplett, Leute. Der NoSkin chillt hier auch. Du machst das richtig. Ihr zwei macht das komplett richtig. Sehr, sehr gut. Ihr bleibt da. So. Der NoSkin muss auch nach da hinten gehen. Weil ich habe halt Angst, wenn die Türe aufgeht, dass die alle in den Tresor rennen. So. Du gehst da hin. Bleib da. Okay, 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 okay. Gut. Die warten alle. Sehr, sehr gut. Ich gebe jetzt hier den Code ein und muss direkt reinrennen, Leute. Ich tue jetzt einfach... Ähm, Bro. Denkst du, du kannst mich hops nehmen? Denkst du wirklich, du kannst mich hops nehmen? Geh nach da hinten. Nach da hinten, Bro. Guck mal. Die Aura versucht ihn jetzt zum Arm und abzulenken. Das ist gut. Komm jetzt her. Komm her. Hier. Geht nach da hinten. Okay, ich muss das, glaube ich, so tun. So schnell wie möglich. Den eingeben. Okay, gut, 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 gut. Ihr bleibt da alle. Ihr müsst jetzt alle da hinten einfach stoppen und nichts tun. Bleibt da. Stopp. Okay. Sit. Bro. Geh nach da hinten. Du gehst nach da. Er sagt nein. Okay, gut, gut, gut. Ich gebe den jetzt ganz schnell ein, Leute. Und der Dressort ist offen, Leute. Der Dressort ist offen. Und der NoSkin hat es nicht geschafft. Let's go. Und jetzt werden die ehrenlosen Spieler hier hops genommen. Denn ich habe hier alle Chapter 5 Waffen, die es gibt am Start, beziehungsweise die, die ich brauche. Die mythische Scar, die mythische Tag und dann hier die legendäre Sniper. Und so werden jetzt alle Spieler hops genommen, die mich ignoriert haben. Und zwar die OG Skins, Leute. Ich hoffe, die sind hier alle noch am Start. Okay, okay, okay. Guck mal, jetzt sind die alle auch hier wieder zurückgekommen. Guck mal, hier ist ein schwarzer Ritter. Aber der war doch korrekt, oder, Leute? Der war doch korrekt. Jetzt habe ich hier Waffen im Inventar, Leute. Und eine kleine Info habe ich auch für euch. Denn ich habe eine neue Map, Leute. Viele von euch haben das gar nicht mitbekommen. Aber ihr wisst ja, dass ich hier einen Boxfight habe, wenn ihr hier diesen Knopf drückt. Ihr könnt das alle nachmachen. Und dann seht ihr hier zwei Matchmaking-Portale. Einmal hier zu meiner 1v1-Map oder hier zu meiner neuen Boxfight-Map, Leute. Die ist so krank. Und das Gute ist, wenn ihr auf diese Map geht und ich jemanden sehe, der 500 Kills hat. Wenn ich auch drauf bin, die Kills werden gespeichert, dann werde ich euch sofort adden. Hier ist der Map-Code eingeblendet. Oder ihr kommt auf meine Party-Royal-Map und sucht einfach hier eine neue Lobby. Macht die 500 Kills voll. Und wenn ich euch sehe, werde ich euch sofort adden. Hat der gerade den Looser Dance gemacht, Leute? Hat der gerade... Wartet mal. Hat der wirklich gerade... Nein, nein, nein. Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Habt ihr... Hat irgendjemand gerade... Der hat doch den Looser Dance gemacht, oder, Leute? Okay, da kommt er auch schon wieder. Das ist der Schwarze Ritter, glaube ich. Okay, wir gehen wieder zurück. Und jetzt müssen wir nochmal abchecken. Ich glaube, ich nehme einfach jetzt jeden Hops, oder? Soll ich einfach alle Hops nehmen? Soll ich komplett ehrenlos sein? Warte mal, was geht da hinten ab, Leute? Da oben. Was geht da oben ab? Da muss ich jetzt auch direkt mal hingehen. Da sind zwei Stück ganz alleine da oben. Was passiert da oben? Was machen die da? Die verstecken sich sogar. Guck mal, was machen die da hinten? Und mir rennt halt jetzt jeder hinterher. Zieht euch das mal rein. Jeder rennt mir hinterher. Was geht da unten ab? Was macht ihr da? Hallo? Alles klar bei euch? Und warum werde ich hier verfolgt? Leute? Soll ich einfach jeden killen? Ich tue es jetzt einfach. Der hat wieder den Looser Dance gemacht. Der hat wieder den Looser Dance gemacht. Ich kill einfach jeden, Leute. Ich kill einfach jeden. Ich bin einfach ehrenlos. Tut mir leid, Aura. Tut mir echt leid. Okay. Und wir gehen jetzt einfach wieder in den Spawn. Und machen weiter, Leute. Es tut mir leid, dass ich das mache. Aber ich muss ja die ganzen Spieler hier pranken. Let's go. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Oh mein Gott. Das tut mir so leid. Das tut mir so leid, Leute. Ich will das eigentlich gar nicht machen. Da waren No Skins dabei und eine Aura. Digga, ich bin jetzt komplett ehrenlos. Bam. Bam. Die sitzen hier alle ganz schön. Wir werden jeden Hops nehmen. Oh mein Gott. Oh nein. Wie kann ich das wieder gut machen? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt hier durch die Menge, Leute. Oh, das ist so ehrenlos. Das ist komplett ehrenlos. Oh mein Gott. Nein. Was tue ich hier? Die haben alle nichts getan. Und jetzt machen wir auch den Loser Dance, Leute. Soll ich es tun? Soll ich es wirklich tun? Den Loser Dance? Ich bin so eine ehrenlose Banane. Jeder wird mich hassen, Leute. Aber als Wiedergutmachung würde ich sagen, droppe ich jetzt einfach meine Waffen. Einmal. Zweimal. Meine ganze Munition droppe ich. Und jetzt können die einfach alle eskalieren. Ist mir sowas von egal. Leute, es tut mir leid. Das war nicht so gemeint. Kommt auf meine Map. Kuss geht raus. Euer Flakes. Und ciao. Ich muss die Lobby jetzt, glaube ich, zu 100% verlassen. Das wird jetzt komplett eskalieren. Und vergesst nicht, die Map zu favorisieren und ein Like da zu lassen. Haut rein.